Prozent 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 Lerner wieder bei Let's Play Minecraft das war ja Augenblick nachzuwehren wenn das echt mehr wenn ich Moment Wasser Wasser da hat Achsel Hä, warum sollte es nicht da Wasser machen? Mehr Anbau-Möglichkeiten geben Es gibt genau so viel Du musst mir das mal erklären Ähm Also ich mach den Zaungröße Was ich dir auch vorhatte später Dann wäre das aber so Und ich hab nicht nachgeguckt Wenn das hier am besten pflanzt Egal Ehm So Eins, zwei, drei Drei Drei, vier, vier, fünf 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 Ah, das geht nicht Ah, jetzt hab ich verschlafen Wie wir das bauen Ja, und da sollte ich viereckig machen Mach ich auch Äh, später Nein Oh, drei wollte ich eigentlich Egal Oh, drei wollte ich eigentlich behalten Egal Ah Tür zu Oh Haha Ha 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 Stirb Lass mal die Mitte aus der Tür schlagen Dann hab ich da schon meine Zeit Äh Keine Ahnung Überfragt So Ich mach noch mal ein paar Leitern Ähm Weil ich brauch noch ein paar für mein Dings hier Ähm Sporntunnel Und das können wir zwei So, Holz machen Ah gut, perfekt passt Ähm Auf in den Sporntunnel Auf in den Sporntunnel Ho-fu-li Äh Ohne Ich wusste, wie man mir folgt Ha Ha Ich glaub auch vier reichen nicht, oder? Ich hab keine Ahnung Äh lol Also, wir poren die schon wieder Ich glaub sie nicht Ich glaub sie echt nicht Ich glaub es echt nicht Äh Ehh 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 Egal Mein nächstes Projekt wird erstmal hier, glaube ich Eine kleine Kirche, oder so sein Aber, wie soll ich mir noch überlegen wie ich zu bauen Oder ich mach das Schiff Aber da brauche ich so viel Holz Also irgendwie ist alles so ein bisschen Äh, Leute, ein schwimmender Creeper Und ein Creeper vor der Tür Ha So Ich muss den Boden noch irgendwie So Krass Finde ich nicht so toll im Haus Also Geht ab Um Das bei den Türen war damit Warte Das kommt Creeper, Blah, Blah Tot Bevor sie wenn Oh weia Zum yummy Gebrannter Stang Das könnten wir nochmal Das brauchen wir Ja, ich hab zu viel bei mir Ähm Ah, ok, klar, das sollte mir jemand verfolgt Ähm Da ist der Stang Wie viel brauche ich? Neun Eins, zwei, drei, vier, vier, vier Ja Ähm Was kann man denn hier lassen? Das Und Das Und Das Und Also den Rest in der Halbberg Erstmal Ach, da habe ich auch noch viel von denen LOL Okay Ähm So, jetzt muss ich wieder in mein Haus kommen Ähm Ähm Paul Biatt Hm Ähm So Ähm Noch Fail Noch mehr Fail Ähm Ähm Vielleicht muss ich später auch im Keller brauchen Ähm Mal seh'n Auf jeden Fall... Der Block kommt weg Und der Block kommt weg Und... Ähm... Den können wir auch schon mal wegmachen Hier kommt ja nicht so schnell ein Zombie oder so hin Boom Wow So kann der Spiech... Oh Hallo Zombie Du stirbst jetzt Ha Ähm... So Oh 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 Wann wir bis zum Tag finden Wann wir bis zum Tag finden Oh Ähm... Hallo 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 du Ähm... Ähm... Pfeile wollte ich aber dafür muss ich jetzt mal an Ich stehe wieder So 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 Na jetzt hab ich halt so wenig... War ja klar So und was soll ich denn noch herstellen... Jetzt hab ich's vergessen... So 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 hh, Gott. Hm. Das ist doch etwas bescheuert. Ähm, jetzt hab ich aber vergesst, was ich machen wollte. Doch, Leiterbeißig. Das mit den Leiterbeißig noch, ne? So. Auch werde ich niemals auf Peaceful stellen, wie Rasiel 5000 für seine Bauarbeiten. Weil, damit muss man einfach leben. Dann muss man halt wieder nochmal neu auf und wenn was weg ist, dann Pech. Also... So ist das Leben. Hm. Und das da hinten ist auch bestimmt schon wieder gewachsen wie... Sonst was. Ähm, so. So. Ähm, das... Das, das, das... Oh, ich dachte schon. So. So. Die beiden weg. Mach ich mal. Das weg. Das. Hm. So. 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 Ähm, nein. So. 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 Und Bücher. Ah, und jetzt. Mal nicht. Seeck. Ah. Und so haben wir zwei Bücherregale. Was, wenn ich dir das abreiße? Ähm Fail Fail Egal Ich überleg nur, wo ich den Weg zum Keller mache Aber ich werd den eh irgendwie Oh, so Ähm, so So, treppe Machen So Ähm Aber ich licht mit, cool So Ich denke, das reicht Oder? Komm Wenn tief an geht noch Ähm, mal zwei Ähm So Jetzt aber So Und das war's dann noch wieder für heute mit Let's Play Minecraft Ich bin euer M.K. Indiana Jones Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal